Glaub ich schon wieder rückt die Arschlöcher. So gut geht's denen doch nicht. Euch geht der Alk aus. Ich weiß. Super. Wieso könnt ihr kein Alk produzieren? Die Handelsroute kommt. Route 3. Schließen. So. Gebt ihr wieder Ruhe? Nö. Hier Schnapsdrosseln. Ich glaube ich brauche noch ein paar solche Dinge. Aber ich weiß schon langsam nicht mehr wohin. Erstens das und zweitens drehe ich gleich vollkommen durch. Und hier fehlt alles. Sehe ich gerade. Scheiße. Boah. Komm jetzt fährst du los. So. Du. Netzt erstmal scheiße Glas auf. Spiel gespeichert. Ja danke Spiel. So. Fährst es hier rüber. Du gibst Gas. holst mal Bauzellen und Werkzeug. So. Fährst hier wieder her. So. Wo bist du denn? Da bist du ja. sollst hier hinfahren. Komm vorüber. Danke. So. Echos. Äh. Die hier. Erforderliches Energieniveau erreicht. Juhu. Herstellung des Moduls jetzt möglich. Du lädst das alles auf. Dann kann ich für unsere Schrappstrosseln noch ein bisschen Alk produzieren. Hoffe ich mal. Die Straße muss ich glaube ich anders legen. Ist ja Wurst. Straße. So. Was tut man nicht alles. Damit die befriedigt sind. Dann muss ich noch ein bisschen Schnaps produzieren. Und dann baue ich noch so ein Ding. Augenring. Und so. Dann gucke ich mal. Vielleicht kriege ich da noch zwei hinter. weiter. So. 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 War wieder eine Straße. Elisa Wieg. Der wird kein leichter sein. So. So. Was. Entwickeln sie einen Elektrokonsensator. Ja. Wie. Wo. Woher. Okay. Gut. Äh. Ja. Da muss ich wohl. Oder übel. Äh. Wo ist es denn? Wo haben wir es denn? Ich sehe es schon wieder nicht. Bäh. Die brauchen ja. Ach so. 140 habe ich. Dann brauche ich noch ein Häuschen oder zwei. Oder gleich mal drei. So. Und jetzt ist hier mal. Aber echt und so. Alkohol hier. Du kannst hier rüber kommen. Die ganze Flotte. Nämlich eh teuer genug zu stehen kommt hier. So. Hier kommt hier rüber. Äh. So. Ah. Mir Kohle ist hier bald nicht mehr viel. Bald wird es ausgehen. Ich sehe es schon kommen. Und die mäkeln schon wieder rum oder was? Ja. Schnaps ist denen schon wieder ausgegangen. Aber ich bin zu müde, um darüber nachzudenken. Die Schnapslieferung muss ich nochmal erhöhen. Auf 15. Schließen. Dürfte reichen. Hoffe ich jetzt. Was habt ihr denn jetzt? 23. Ja. Neue Gebäude zum Bau bereit. Achtung. Produktionsstillstand. Wo? Keine Produktion. Super. Wieso denn nicht? Kommt zu wenig Rohöl ran? Äh. Tycoons. Rohöl. Ich finde. Ah, da ist es. Ja. Ja, die Beton muss ich da nochmal hinbringen. Dann nehme ich mir die mal. Und bring die hier hoch. Und hier rückt irgendwas Feindliches rum. Und das nervt mich grad tierisch. So. Egal. So. Wo ist es? Tex. Und das hier. So. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Ich drehe hier noch durch. Ah. Nee. Carbon brauche ich. Haben wir Rohöl? Nö. Haben wir. Oder nö. Haben wir nicht. Doof. Äh. Ich glaub das wird heute nix mehr. Die U-Boote irritieren mich grad. Im Gehirn. Diese. Egal. So. Raus damit. Dann kann ich hier noch. Äh. Nee. Das brauche ich nicht. Ich brauche Tycoons. Öl. 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 Hier. So. 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 Ich brauche sowieso so viel. Also lieber mache ich eine Überproduktion. Heißt zu wenig. Auch wenn sie arschteuer ist. So. Die Wege pflanze ich jetzt auch mal. Wild umher. So. Und. Da mich jetzt. Die Aufnahme ein bisschen ankäst. Und ich jetzt auch schon. Bisschen länger aufnehme. Äh. Will ich mir jetzt das Spiel nicht verderben. Und sag. Äh. Nee. Die Aufnahme käst mich nicht an. Ich spiele schon noch fertig. So ist es nicht. Aber es läuft grad so gut. Und. Da wäre es jetzt nicht so schlecht. Wenn ich jetzt die Aufnahmepause mache. Bevor das schlechter läuft. Es geht ja immer noch schlechter. Und. Ja. Ich sag da mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. So. Hallo Leute. Da bin ich wieder. Bei Anno 2070. Eine Spätnachts. Aufnahme. Nach meiner Spätschicht. Ist wunderbar. Naja. Wunderbar nicht unbedingt. Hat seine Nachteile. Naja. Aber auch Vorteile. Wie zum Beispiel. sein. Ne. Äh. Huch. Was hab ich denn da jetzt gebaut. Ich will nix bauen. Äh. Hallo. So. Aber jetzt baue ich nix mehr. So. Ruhig. Plus. Plus. Minus. Was jetzt. Was muss ich denn jetzt machen. Äh. Huch. Äh. Entwickeln sie ihrem Forschungslabor. Folgendes Modul. Elektrokondensator. Na ja. Brauche ich erstmal ein Forschungslabor. Oder? Oder kann ich das hier gleich entwickeln. Muss ich gucken. Nö. Habe ich keinen Zugriff drauf. Okay. Und dann muss ich ein Forschungslabor bauen. Forschungslabor. Text. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo versteckt es sich denn? Ich find's schon wieder nicht. Na. Mann. Scheiß SMS. Die ringen jetzt gerade echt auf. Oder? So. Äh. Forschungslabor. Was brauche ich denn? Achso. Carbon. Na super. Carbon. Na super. Ich brauche Öl. Kriege ich hier aus dieser Insel? Insel Öl. Muss ich gucken. Natürlich nicht. Oder? Ne. Kriege ich nicht hin. Vor allem mit dem Ding sowieso nicht. Muss ich hier Öl produzieren? Äh. Tue ich eh schon. Hier stehen Schiffe um Mass. Wieso auch immer. So. Äh. Huch. Habe ich jetzt eine Ölüberproduktion oder nicht? Da 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 da. Wo ist denn mein Öl? Da ist es ja. Nein. Habe ich nicht. nicht. Das ist blöde. Ich brauche Öl. Hm. Ich könnte ja. Ach ja. Ich könnte auch gucken, ob ich das raffinierte Öl habe. Nö. Habe ich genauso wenig. Wieso auch immer. Hm. Kriege ich hier irgendwo Öl raus? Hier hätte ich Öl. Hier hätte ich Öl. Dann mache ich hier mal eine Ölproduktion auf. Was soll's? Und zwar eins von den Tycoons. Ekkos haben ja normal kein Öl. Nö. Gehen wir auf Tycoons. Machen hier mal die Ölproduktion auf. Ach, hier darf ich nicht, oder wie? Hallo? Ach so, hier produziere ich eh schon Öl. Wie blöd. Ah. Ja gut, irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Was fehlt mir denn? Aha, Beton. Beton fehlt mir. Wo karren ich das ganze Öl hin? Ach so, ja stimmt, ja. Doof. 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 Habe ich hier ne Öl über... Dings? Ne. Eigentlich auch zu wenig. Und dann nehme ich dieses Schiff, das mir nicht gehört. Oder doch? Aha. Ne, hilft nicht. Muss ich hier das herumnehmen. Und das hier runterbringen. Und mir nochmal Beton besorgen. Für die Produktion hier und so. Ja. Äh, ich bin heute ein bisschen wortkark. Tut mir leid. Weil ich andauernd abgeläumt werde. Nein. Ich bin heute ein bisschen unprofessionell. Und das wäre ein bisschen unprofessionell. Gut, ich bin sowieso sehr unprofessionell. Für ihn mehrere. So, da kommt er ja. Da kommt er ja. So, so, so. Watt, null Fisch. Null Fisch, na super. Verhungern meine Leute nicht? Warnung. Produktion gestafft. Watt, watt, watt. Produktion? Wieso? Watt machst du denn? Ja, dann stopp mal hier. Dann machst du hier Pause. So. Äh, einladen bitte.